Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute werden wir mal Murder Mystery spielen, weil sich jetzt auch super viele gewünscht haben, weil ich mache ja zur Zeit gefühlt immer nur Ridge Server oder so, deswegen machen wir heute mal wieder was anderes und ja, es ist ja auch bald Weihnachtstag, deswegen gibt es ja auch ein Update mit so welchen Coins, also so welche Herzchen und wir gucken jetzt mal, was wir direkt werden, also ich bin, okay, ich bin unschuldig, oh, schon direkt 17% ist meine erste Runde, also ich habe jetzt schon so viele und ich habe jetzt schon dieses Schwert abgeholt und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, ich habe einen neuen Skin endlich, weil ich habe immer nur diesen Weihnachts-Skin gehabt, deswegen muss ich den ändern und ich habe jetzt so einen Partner-Look mit Bella gemacht, genau, super, oh, okay, ich habe den mal da gesehen, das ist der da hinten da, der hat so Feuer, ich finde mal auch mal so einen Feuereffekt und ich finde den richtig cool, oh mein Gott, okay, ich bin direkt gestorben, der kam mir da gerade komplett entgegen, also, ja, genau, ich finde dieses Update richtig cool, man kann sich hier für Robux auch was kaufen, hier für super viel Geld, also das sind ja schon fast 20 Euro, das auch und das sind schon über 30 Euro, also das ist schon sehr, sehr teuer und hier unten kriegt man halt dann so welche Sachen, aber ich ich werde auf jeden Fall jetzt ganz viel spielen und dann, ich will das hier haben, ich finde dieses Heart hier richtig cool und das hier ist auch ganz cool, aber 4000, das ist sehr unrealistisch, dass ich das schaffen werde, aber man kann die auch nicht hier irgendwie kaufen oder so, ich hoffe, ich werde mal Sheriff, weil ich mag Mörder auf PC nicht so gerne, das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, so, ich werde angetradet, vielleicht will er ja hier irgendwas traden, oh, okay, ja, nee, weiß ich nicht, dann gucken wir mal, was wir auswählen, ich nehme jetzt dieses Arbeitsplatz hier, also Workplace, genau, mal gucken, was ich jetzt werde, oh, ich bin Mörder, guck mal, guck mal, das geht ja schnell, gut, dann muss ich jetzt hier alles schnell töten und ich muss trotzdem sehr unauffällig vorkommen, so, ich laufe dann jetzt nicht extra hinterher oder so, okay, dann kille ich jetzt die da als erstes, okay, jetzt die, okay, hui, okay, habe ich ihn gekillt, ja, ich habe die Sheriff-Frau gesehen, ah ja, hier, okay, war sie Sheriff, ah ne, hier ist ein Schwein noch, oder was es für ein Tier ist, ich weiß auch nicht, da, oh, der Sheriff ist tot, oh nein, jetzt hat die die Waffe, die war eben Mörder, die war nicht schlecht, ich will auch nicht Spam-Jumpen, aber das ist gerade hier ein bisschen schwer, nein, ach, sie hat mich gekillt, oh, Manu, ja, okay, good game, hat sie geschrieben, ja, schade, sind wir direkt gestorben, egal, vielleicht werde ich hier gleich Sheriff, also, ich finde es wirklich, wie gesagt, Sheriff viel, viel besser, jetzt gucken wir mal, was ich jetzt werde, bitte was Gutes, na, okay, unschuldig, 3%, ich sammle jetzt mal hier wieder ein paar Herzchen, also, bisher habe ich den Mörder nicht gesehen, ich kann mich auch gleich mal hier unten verstecken, da gibt es ja auch so kleine Verstecke, oh, die Sheriff-Gun, ich habe die Sheriff-Gun, Leute, okay, nicht schlecht, wer ist denn hier jetzt Mörder? gewesen, okay, der ist auch tot, oh, da, 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 Leute, oh Gott, ich muss hier ganz schnell raus, ich finde diese Map aber auch so doof, für sowas, da, wenn er jetzt rauskommt, ich glaube, die Teamen, weil, die wollen mal eine Sheriff-Gun dann, ja, da ist er ja, ich habe eine Idee, klappt das, oh, 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 mein Gott, der hat Ghost gemacht, oh, habe ich mich erschrocken, Leute, oh, mein Gott, ach, da war aber der Typ doch eigentlich noch, wie konnte er denn jetzt gewinnen, oh, schade, Mann, ich habe noch gar nicht gewonnen als Sheriff oder so, doof, okay, mal gucken, was wir jetzt für eine Map nehmen, können, ich nehme, ja, ich nehme auch Bank 2, die ist gut, ich würde ja voll gern das da haben, aber das ist voll doof mit diesen Diamanten und das da wollte ich mir früher immer holen, das weiß ich noch, ja, geht aber nicht, ich habe zu wenige und ich könnte mir eigentlich auch mal eine Kiste kaufen, aber das mache ich, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, okay, es beginnt, mal gucken, was ich jetzt werde, okay, ich bin entschuldigt, 8%, vielleicht werde ich ja gleich mal Sheriff oder so, dann schauen wir mal, ich muss aufpassen, wer das jetzt ist, oh, okay, ich habe sie direkt gefunden, das ist sie da, ich muss mal ganz schnell weggehen, oh, wow, wow, sie hat mich komplett verfolgt, da waren doch überall Menschen, warum verfolgt die genau mich, ich habe doch nichts gemacht, ah, ja, okay, er hat gewonnen, er hat sich die Sheriff gun genommen, okay, sehr gut, mal gucken, was wir jetzt für Maps auswählen können, finde ich den Skin eigentlich super cool, der passt so hier mit diesen Farben, okay, ich nehme das da wieder, weil da ja wieder so viel Platz ist und dann hoffen wir mal, dass ich Sheriff werde, jetzt beginnt die Runde, mal schauen, was ich jetzt mal werde, ach, ich bin entschuldigt, aber 9%, dann hoffen wir mal gleich, mal gucken, wer es jetzt ist, ich habe Angst, ich will nicht direkt sterben und ich muss meine Münzen sammeln, wer war denn noch nicht Mörder, eigentlich super viele, wir haben ja noch nicht so viele Runden gespielt, okay, oh mein Gott, das ist der Typ mit den Pommes, wow, helft mir, okay, er verfolgt das Mädchen jetzt, Gott, ich bin so ganz, oh, perfekt, direkt gewonnen, oha, ich habe ja auch noch so ganz viele Modes von früher, ich habe mir mal den hier mal gekauft, oh Gott, der für 10 Euro, glaube ich, oder, kann mal schnell gucken, hier im Modes, ja, die da, 800, das sind 10 Euro, oi, 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 das tut schon weh, also 800 Robux und ich glaube, dass er auch so viel dann gekostet hat, oder, ne, 400, 400 Robux, ja, 10 Euro, das ist doof, okay, nächste Runde, also den da konnte man sich ja schon selber so holen, oh, ich bin schon eher unschuldig, Manu, und die da, die hat man, glaube ich, auch so bekommen durch Bugs, also, das war ja einfach, als ich halt gespielt habe, hat sich hier einer so hochgebackt, das ist voll doof, man kann ja hier nicht so hoch und der war dann irgendwie da oben, das war richtig doof und dann konnte ich den nicht killen und ich war Mörder, das war doof, dann sammle ich jetzt mal hier ein paar Herzchen ein, oh, die ist Mörder, oh, die Liliane da, oi, 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 da muss ich mich mal schnell verstecken, glaube, ich gehe einfach hier runter, in den Fernseher, oh Gott, sie kommt, wenn sie es war, okay, ich muss aufpassen, ich habe Angst, oh, wer ist das denn, ist das der Mörder, warum hat der da, ich glaube, der hat sich da irgendwie reingebackt, es ist der Pommes-Typ, das weiß ich, wegen diesem Schwert, also, entweder hat er sich gebackt, oder er ist der Mörder, hö, keine Ahnung, wie er das jetzt gemacht hat, aber, ja, wir haben gewonnen, ja, okay, Hacker, ja, dann ist da wohl ein Hacker hier, okay, er war der Held und sie war Mörder, mit dem Liliane, dann wusste ich es doch, das Messer sieht voll cool aus, von 2021, habe ich gar nicht abgeholt, da hatte ich, glaube ich, gerade so die Phase, wo ich Roblox nicht mehr gespielt habe, ähm, so, jetzt nehmen wir die Map, die ist cool, die mag ich auch sehr gern, weil, die ist groß und man hat sehr viel Platz, ach man, ich bin schwer, entschuldig, 12%, das war recht doof, letztens, ich war so hier, Mörder und dann war hier der Typ drin, ne, und dann, war nur noch so 5 Sekunden oder so, und das war richtig doof, dann ärgerlich, gut, mal gucken, wer Mörder ist, es gibt hier auch voll das gute Versteck, das, da habe ich mich letztes Mal versteckt, also, es ist schon ein bisschen doof, wenn man sich versteckt, so, dann kann der Mörder das ja gar nicht wissen, also, mit X-Ray ist das halt dann schon ziemlich schlau, aber, ja, ich habe X-Ray, das ist super, aber hier, das ist richtig geil, das Versteck eigentlich, so, hier kommt fast keiner drauf zu gucken, hallo, ja, hier drin, das ist schon cool, aber ich sammle jetzt diese Herzchen, deswegen verstecke ich mich noch nicht, vielleicht mache ich es ja später, es gibt auch bei Factory voll das gute Versteck, das ist, glaube ich, so, neu, weil, vorher kannte ich das gar nicht, hier gibt es ja auch nochmal richtig gute Verstecke, in diesem Schrank hier, das ist auch sehr gut, oder hier, also, hier gibt es ja wirklich viele Verstecke, wenn man hier reingeht, da drin sind immer super viele Münzen, aber das mache ich gleich, ich glaube, da war das Mädchen gerade vor mir noch drinne, wir gehen jetzt nochmal raus, ich glaube, da werden jetzt auch ein paar Leichen liegen, also, kann ich mir vorstellen, da ist eigentlich auch voll das gute Versteck, ja, hier liegt, Oh, ich glaube, er ist, ja, 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 der hatte gerade das Messer in der Hand, okay, sie versteckt sich da oben, ist hier irgendwo die Sheriff Gun oder so, ich will die haben, oh, oh, der Typ kommt zu mir, ich gehe mal lieber weg, so, ist er hinter mir, nein, dann ist ja noch gut, ich glaube, der Mörder schafft es nicht, weil es ist nicht mehr so viel Zeit, egal, ich gehe auch nochmal raus, vielleicht gibt es da die Sheriff Gun, okay, da ist der Mörder, oh, oh, ich gehe doch lieber, vielleicht team die ja oder so, ist ein bisschen doof, dass es von diesen Herzen nicht so viele gibt, weil, wenn man 4000 für dieses Teil da bezahlen soll, müsste es auch mal ein paar mehr Herzen geben, Da sind ja wirklich überall nur diese Coins, wie viel kostet das, 4000, ne, ja, und ich habe gerade mal 266, das wird ja wirklich sehr unrealistisch sein, ja, okay, Game over, woo, gewonnen, das war ja wirklich nicht so schwer, also, der hat, glaube ich, nicht so viele umgebracht, boah, ich bin schon ja unschuldig, Mensch, Mensch, okay, 14%, dann gehe ich jetzt mal hier hinten hin und zeige euch das Versteck, also, man muss hier hoch, oh, oh, er ist Mörder, da ist das Messer, er hat das irgendwo hochgeworfen, der ist zu 100%, okay, man kann hier hoch und dann muss man hier langlaufen und dann hier in dieses Holzding und dann habe ich mich hier versteckt, okay, das ist wahrscheinlich super schlecht, weil das eh jeder kennt, aber früher gab es das doch noch nicht, oder, aber nicht blöd, ich glaube, der Typ ist auf jeden Fall Mörder, oh, das Mädchen, die hat auch so ein lilanes Messer, oh, oh, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein lilanes Messer, da bin ich sicher, weil, das war ja da in der Ecke, habt ihr ja selbst gesehen, also wirklich, ich habe nur eine Leiche bisher gesehen, oh, die ist Mörder, hey, ich dachte, das wird ein lilanes Messer sein, okay, die ist, ich will die Sheriff Gun haben, kriege ich, sag mal, jetzt hier wieder diese ganzen Herzchen ein, also, hier liegen ja wirklich super viele Coins, so, den nehme ich auch mal mit, oh, mein Gott, ich bin da ja gerade komplett in die Arme gelaufen, ah, okay, aber ich habe es noch geschafft, ich gehe auch mal hier runter, vielleicht sehe ich ja hier jemanden, der sich versteckt, es gibt ja hier auch nochmal dieses kleine Versteck hier, in diesem Schachter, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, ja, hier ist ja jemand drin, ja, okay, ich glaube nicht, dass sie es schaffen wird, es ist schon super spät, gleich ist schon Game Over, aber wo ist der Sheriff, oh, mein Gott, jetzt verfolgt die mich, nein, okay, sie ist weg, es liegen ja wirklich noch vier Stück oder so mit mir, aber ich bin gleich mal gespannt, wer Sheriff war, weil, wirklich, ich glaube, er hat sie nicht mal benutzt, die Gun, Game Over, und ich habe überlebt, huhu, ich mag Denemode, aber dafür, 10 Euro aus dem Game ist ein bisschen doof, das war wirklich dumm, dann gucken wir mal, was ich werde, und Sheriff, oh, diese Map hier, ich könnte heulen, oh, nee, der ist hundertprozentig, der Typ, ich habe Angst, Leute, okay, die sehen eigentlich ganz safe aus, oder die Team halt, oh, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, der Typ ist, gut, gut, nein, oh, wie schlecht, ich hätte sie so gut abschießen können, wirklich, oh, oh, Leute, nein, wenn ich das jetzt verliere, dann heule ich, ja, okay, Leute, wir haben gewonnen, endlich mal, okay, also, gut, endlich habe ich mal was gewonnen, das war jetzt die erste Runde, gefühlt, aber ja, ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video, können wir ja mal reinschreiben, wie ihr Murder Mystery fandet, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und ja, genau, ich würde sagen, Tschüss!